Es war eine gute Idee von den Leuten, von den Menschen, mit diesen Blättern und dann das immer einzublenden, was gerade passiert, so eine Art Trailer. Das waren halt immer verschiedene kleine, ich sag mal Horrorfilme. War ganz cool. War zwar auch ein bisschen nervig, weil die dafür geschrien haben, aber dafür war die Umsetzung ganz gut.